Paul Klee ist einer der rätselhaftesten Künstler der Moderne. Selbst wenn man weiß, dass dieses Gemälde mit dem Titel Fruchtland Ägypten darstellen soll, die Wellenlinie am unteren Bildrand, den Nil, die Streifen, die fruchtbaren Felder des Niltales, so fragt man sich doch, warum dieser Bildaufbau? Warum diese seltsame Mischung aus Naivität und Geometrie? Paul Klee schreibt dazu an seine Frau Lilly, Ich malte eine Landschaft, etwa wie der Blick von den wüsten Bergen des Tales der Könige ins Fruchtland. Die Polyphonie zwischen Untergrund und Atmosphäre ist so locker wie möglich gehalten. Nun folgt ein Versuch, das Voluminöse direkt zu gestalten. Das andere hört deswegen nicht auf. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020